Bruder, wollt ihr Pahnen essen? Habt ihr schon mal Pahnen gegessen? Was haben wir gegessen? Pahnen, Bruder. Das ist aus Pakistan, Indien. Das ist ein Blatt. Da ist bisher alles eingerollt, Bruder. Mit Gewürze. Sehr, sehr süß. Boah, hört sich gut an. Willst du nehmen, Bruder? Klar. Mit Tabak oder ohne Tabak? Ohne Tabak. Okay, Bruder. Halla, Bruder, ich komm auch. Warte, ich will reinspringen, Bruder. Fail, Bruder, fail. Yo, yo, yo. Was macht ihr da, Mann? Bruder, wir machen ein bisschen Sport. Und, Bruder, sagst du, bin ich wieder fit oder nicht? Miese Bicep, Bruder. Oh, Mann. Geh rein jetzt. Yo, 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 Mann. Halt, mach, Mann. Wer kann von so einem Typen ein bisschen die Nerven aufnehmen? Der bleibt mir entspannt und so. Alarm! Oh, yo, Mann. Alarm! Check aus. Wenn ich rausfinde, wer mein Bruder genervt hat, die bleibt für alle für heute im Krankenhaus. Hallo, mein Kollege. Hallo, Mann. Yo, was ist los? Hey, Bruder, was ist los? Ein bisschen Stress hier. Er denkt, er kann uns als Schwarz bleiben. Der hat oder was? Yo, pack mal die Waffe weg. Erzähl, Bruder. Oh, was machst du gerade? Oh, okay, okay. Du machst eine Waffe hier? Okay, okay. Hey, was ist los mit dir? Okay. Was machst du mir auf Flugzeug? Was machst du mir auf Flugzeug? Was machst du mir auf dicke Fresse? Hey, mach mal diese Maske weg. Mach ich. Doch, ich hab Angst bei dir. Perfekt, Mann, lass mal diese Maske jetzt unten. Ja, ja. Sonst werde ich ein bisschen Curry und ein Chili in deinen Augen schmieren. Hey, entspann dich mal, entspann dich mal. Sonst gibt's Chili in die Augen. Hey, weißer Sakko. Hey, weißer Mann. Nimm den mal mit. Sehr gut. Gute Entscheidung, Bruder. Was gute Entscheidung? Hey, Bruder. Hör mal zu. Das Einzige, was ich von dir nicht hören will, ist irgendwas über Familie, okay? Bruder, ich hab nichts gesagt. Nein, diese sagst du mir gar nicht. Diese sagst du mir gar nicht. Sonst, sonst, ich weiß nicht zu wen du gesagt hast, sagst du zu niemandem. Sag das zu niemandem, bitte. Okay? Das ist sehr verletzend, was du machst. Das tut den Leuten in der Seele weh, so respektlos wie du bist. Also, schau mal, ich will dir kurz die Situation erklären, weil ich glaub du bist der Ranghöchste. Ja, Bruder. Ich versuch hier mit deinen Kollegen etwas zu fragen. Ja. Er antwortet mir ganz frech. Ihr Jonathan Frakes. Ja, Bruder, wir hören jetzt so egal. Lass ihn mal aussprechen, bitte. Daraufhin, ich schwör auf alles, ich hab ganz höflich gefragt. Ey, du hast kurz Zeit, ich will dich was fragen. Ja. Er sagt mir, fuck mich mal nicht ab und verpiss dich. Ich so, Digga, wer bist du, dass du so antwortest? Ja, Bruder. Ja, Bruder. Und sagt, sollen wir dich ficken und so. Ah, okay, Bruder. Und deswegen bin ich auch so frech. Jungs, guck mal, guck mal, guck mal, beruhigt euch das. Es ist jetzt ein Fehler passiert. Lass uns einmal hier das Ganze beenden und dann ist das Ganze gegessen. Okay, Bruder, alles gut. Pass auf, schau mal lieber. Wie heißt du? Wie heißt du? Santo. Santo, mein Name ist Dr. Psycho, Bruder. Mein Name ist wirklich so. Alle denken, das ist Spaß. Es ist wirklich so eingetragen. Ey, kein Stress, Jungs. Alles gut, passiert. Ich küss dein Herz, Bruder. Ja, Bruder, danke. Das ist sehr wichtig. Ich danke dir, Bruder. Danke dir. Wir sehen uns. Santo, pass auf. Ciao. Bruder, das kann man alles klären, weißt du? Wir sind alle, alle sind hier ein bisschen jünger, weißt du? Ja, das stimmt, man. Keine Hinweise, komm. Meine Knarre regelt alles, Bruder, du weißt. Letzte Worte hat immer die Kugel. Bruder, heute, du stotterst nicht. Hast du Therapie gemacht? Was? Hast du Therapie gemacht? Du bist stotterst nicht mehr? Ja, Bruder, warte schon noch mal. Ich bin noch, ich bin noch in... Du bist noch entspannt heute, gell? Genau, warte ab noch. Bruder, guck mal, wenn du... Ich hab ja gestern diesen Tipp gegeben, ja? Ja. Wenn du stottern musst, Bruder, dreimal tief durchatmen. Ja, 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 Mann. Das ist sehr, sehr hilfreich, weißt du? Schon besser geworden jetzt. Ja, ja, ja. Warte, Mann. Schoko. Schoko. Ja, Bruder. Und zwar, als ich jüngste... Also, ich war gestern... Ich war gestern dahinten irgendwo. Dahinten war ich. Da, da. Und ich hab... Ich hab ein rotes Auto. Ja, Bruder. Ich hab dir gesagt, dreimal atmen. Und da waren einfach so viele Waffen, Mann. Ich hab dir einfach alles mitgenommen, Mann. Geil, Bruder. Ich... Ich wär... Nee, allgemein halt. Ey, Bruder, ich komm auch rein, ja? Sunny? Ja. Ja, der ist immer willkommen. Natürlich, ey. Ach, ja. Ja. Alter, ein Reihenhäuter. Ey, es sind so viele Reihenhäuter hier, ne? Kaum Tattoos. Bruder, ich komm mir vor hier wie Duplo... Ich komm mir vor hier wie Duplo White. Boah, da bitte sowas nicht. Irgendwie ist dein ganzes Gesicht voller Blut. Und, Jungs, wie war der Tag? Ja, Bruder. Ich hab lang geschlafen heute. Oh, ja, das auch. Und, Jungs. Ich brauch ein neues Parfüm, ey. Habt ihr da so ein bisschen Vorschläge? Ja, Bruder, ich hab was Gutes für dich. Toni, Salvatore wurde aufgelöst, ey. Micha? Ganz okay? Ja, wir wohnen gerade. Schoko, komm mit. Jungs, hab ich was verpasst? Warte, ich muss mich anziehen, Bruder. Jungs, wer tanken muss, fährt jetzt tanken. Schoko, Mann. Ja, ich bin noch hier, Bruder, komm. Äh, Jungs, äh... Boah, ich hab halt keine Karre raus. Also, alles. Okay, ähm, alle Motoren starten und dann bauen wir los. Ihr folgt den ersten Auto. Oh, die erste Richter. Bruder, ich muss Hände putzen, Bruder. Ich hab echt grad noch Chips. Was denn, du Idiot, Bruder? Also, ihr müsst ja immer lernen, ein Auto zu fahren. Ja, gleichfalls. Äh, stellt euch mal alle vor die Autos auf. Habt ihr einen Gehirn drin? Bringt Gold, Alter. Äh, geht mal alle hinter die Autos jetzt, ey. Äh, ich schieße, ich schieße. Ich schieße einfach mal. Der ist auf mich losgefahren. Das geht nicht. Kannst du nicht... Bruder, du bist nicht gestört, Bruder. Du bist nicht gestört. Ja, okay. Ich entschulde, ich tut mir nicht. Nee, alles gut. Bruder, Wala, dieser Junge ist verrückt, Bruder. Ich bin jetzt nochmal, ich bin nochmal zwei Sekunden hier. Bruder, irgendeiner hat sich hier nicht gewaschen, alle. Das riecht bis hier. Nein. Bruder, wir sind alle Men in Black. Schön, Jungs. Toll, Luigi, alles kaputt gemacht. Er ist jetzt nicht mehr so toll, ne? Hey, Bruder, könnt ihr bitte leise sein, bitte. Benehmt euch, Jungs, benehmt euch. Jetzt ist absolut benehm. Bisschen seriös. Ich hab Leute, ja. Bruder, ich sag euch ehrlich. Ich sag euch ehrlich, wenn hier noch einer weitermacht, ich werfe euch mit Bollywood-Faust in den R rein. Ich werfe dich runter. Sie sind hier in dieser entscheidenden Stunde ihres Lebens nicht allein. Sie sind umgeben von Menschen, die ihnen nahe stehen. Mit ihrem Bräutigam den Bund der Ehe zu schließen. Wunderbar, das freut mich sehr. Dann möchte ich sie jetzt hiermit in den Bund der Ehe einleiten. Das war eine schöne Hochzeit, Bruder. Ich hab fast geweint, Mann. Bruder, ich hab geweint. Ehrlich? Ja, ich hab ein bisschen geweint. Scheiße, Mann. Aber ist nicht so wie bei uns die Hochzeit, Bruder. Bei uns ein bisschen krank. Ja, normal, Mann. Jeder muss sich in seinem Bein schießen bei uns, weißt du? Als Opfergabe, Bruder. Wenn du lachst. Das war ein Scheiße, Mann. Das war ein bisschen krank. BABLO, SCOTTI, MASKE AB. Ja, ja. Ich meine,�... Ja, genau, ja. Wow, PEPP. Ibo, komm, wir gehen rein, Bruder! Jawohl, Bruder! Ja, Bruder ich bin am M power-Zirium, Bruder kommt mit tanzen. Jo, 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 man. Walla, Bruder was geht da, Blann? Guck mal mein Tanz hier Bruder, schön aus der Luft daraus. Hat das gut getan Bruder. Mann, 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 das war gut. So, ich bin 1100. Schoko. Ja Bruder. Ich hab selber keine Westen dabei. Komm mal mit, Mann. Schoko. Ja Bruder. Ich will von ihr einfach abbauen, ich hab gar keinen Bock mehr. Bruder, du bist nicht so der Party-Type? Nein, Mann, ich will... Bruder, ich sag, hör mal zu, ich erzähle dir eine Geschichte aus meinem Leben. Hör mal zu, komm mal kurz, setz dich mal mit mir bitte kurz hin. Hier. Ja Bruder, komm auf den Boden, setz dich bitte. Set, Bruder. Bruder, hör mal zu. Setz dich mal vor mich bitte, ich erzähl dir eine Geschichte. Yo, 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 yo. Von meinem Leben, Bruder. Guck mal, ich war gar... Ich bin hier 37 Jahre, Bruder, ja? Ja. Und ich war mein ganzes Leben nicht feiern, Bruder. Ja. Weißt du, ich war immer mit Familie, Bruder, nie getrunken, Bruder. Ja, Bruder, ich auch nicht, Mann. Heute, ich hab getrunken, Bruder, ich hab gut Spaß gemacht, Bruder. Ja. Wer steht? Wer steht? Wer steht? Wer steht, Bruder? Scheiße, Mann. Ja, das glaub ich hier. Das war sehr... Das hat gut getan, Bruder. Du hast mich rausgezogen gerade. Ich... Diese frische Luft tut mir auch gut. Ja, Bruder, aber das reicht irgendwo, weißt du? Weil... Weil... Dings, also... So nicht... So nicht... Das bringt dir nichts weiter, weißt du, was ich mein? Ja, Bruder, ich weiß, was du meinst, aber das... Ja, okay, das ist so Dings... Also so paar Mal muss sein, aber echt so... Über... So übertreiben, so weißt du? Ja, Jungs, ist der Startabkug? Bruder, guck, ich sag dir jetzt ehrlich, ja. Ja, Bruder. Lass ein Bier holen, Bruder, von Supermarkt. Und dann... Ah, du scheiße, Bruder! Du scheiße, Bruder! Du scheiße, Bruder! Komm mit, man, komm mit! Du scheiße! Bruder, ich hab jetzt aggressionen, Bruder! Woah, 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 woah!